Viktoria, herzlichen Glückwunsch, das war deine vierte Verkaufnahme. Er ist jemand, der dich zu stoppen kann? Wir sehen, aber ich denke, wir haben eine sehr gute Gefühl, und wir haben viel Spaß zu spielen, und es fühlt sich sehr gut. In den Semifinals spielen du weder gegen Schwesterland oder Latvia. Welcher ist dein Lieblingsspieler? Ich würde gerne gegen Schwester spielen, und ich würde gerne gerne gegen gute Gegnern. Ich hoffe für sie. In den letzten vier matchen hast du niemals zu kämpfen, für die Verkaufnahme. Ist es ein Gefahr, den nächsten Gegner zu unterraten? Ich glaube nicht. Wir haben oft gegen sie gespielt, und ich denke, wir arbeiten sehr hart auf dem Feld, um unsere Energie zu halten und unsere Spiel. Wir haben ein wirklich guter Spielplan, und wir werden so weiter kämpfen.